Ja, die 90er waren eine wilde Zeit. Schon damals fragte man sich, wo das alles noch hinführen sollte und die Antwort ist einfach. Sehen Sie sich doch diese beiden Typen hier an. Ja, es ist wahr, das ist der Metal der Neuzeit. Bands mit so klangvollen Namen wie We Butter The Bread With Butter brachten uns den Deathcore, Transcore, irgendwas Chor. Bands wie Eskimo Callboy kamen und machten das gleiche, nur in gut. Nein, Spaß. Ihr seid beide ganz, ganz toll. Und ich denke, jetzt ist es Zeit für eine kleine Leistungsdemonstration eurer eigenen, äh, nun ja, Musik. Bitteschön. 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 Deine Exhausten vor den Komplex Mitmachchen, der Stinger und Blech Sein Segen zu der Borkaschion in Block Den Bidienstein für die Pocken Schock Tau, 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 tau. Zu dem Teil sage ich hier zwar nix Das war's, das war's, das war's Du, 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 du Deine Zeugung kommt in der Zeit lang Dankeschön!